Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Mein Name ist Kilian Müller vom Publish-Industrie Verlag und ich habe das Vergnügen, Sie und euch heute gemeinsam mit meinen Kollegen durch den dritten Tag unseres Industrie-Festivals zu moderieren. Die nächste Session hat das Thema Verbindungstechnik schaffen für die technologischen Megatrends und ich begrüße als Speaker ganz herzlich Kurt Bettenhausen von Harting. Hallo Herr Bettenhausen. Hallo Herr Müller. Nun, nochmal vielen Dank Herr Müller. Ja, herzlich willkommen. Einen schönen Nachmittag an alle, die jetzt noch dabei sind. Lassen Sie sich in den nächsten etwa 20 Minuten auf eine kleine Reise mitnehmen von mir. Und was möchte ich, dass Sie am Ende dieser Reise als Erinnerung mitnehmen für sich? Das ist relativ einfach formuliert. Ich bin sicher, dass wir noch viel stärker in der Zukunft als bisher sehen werden, dass gesellschaftliche Megatrends extrem wichtig sind, weil sie beschreiben und definieren, wie wir alle in der Zukunft leben wollen. Und aus diesen gesellschaftlichen Megatrends lassen sich Technologie-Megatrends ableiten. Die werden am Ende des Tages definieren, leiten und auch in irgendeiner Art und auswählen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft mit den gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen wird. Und am Ende des Tages ist es so, dass Firmen, die damit angemessen umgehen, die sich damit beschäftigen, die antworten, die Produkte, die Services und Lösungen bereitstellen, die auf die Megatrends in der Gesellschaft antworten, über den Weg der Technik unser aller Leben besser machen. Das heißt, wenn der Herr Müller gerade eben in der Einleitung gesagt hat, ich nehme sie mit in meine Welt, na ja, und ich gehe mit Ihnen zusammen gemeinsam dann auch zurück in Ihre Welt. Wenn wir mal auf die gesellschaftlichen Megatrends draufschauen und uns auf die fokussieren, von denen wir bei Hartling denken, dass sie besonders wichtig sind, dann möchte ich gerne mit Nachhaltigkeit beginnen. Nachhaltigkeit, auch noch mit einem kleinen passenden Bild hinterlegt, definiert am Ende des Tages ja, wie wir alle mit unserer Umwelt umgehen. Und das bedeutet am Ende des Tages eben auch, dass wir über den Verbrauch an natürlichen Ressourcen reden. Egal, ob das jetzt nur, in Anführungszeichen, das erstellte Produkt ist oder auch die dynamische Verwendung von Ressourcen. Was setze ich ein? Wie oft verwende ich es wieder? Wie stark kann ich mich auch am Ende bei den technologischen Megatrends in der Entsprechung von Systemen dabei unterstützen lassen, verantwortlich mit der Umwelt umzugehen? Der zweite Megatrend, da sehen Sie mich schon vorweg schmunzeln bei dem Bild, das gleich kommt. Ich nehme mal die Aussage von allen mit, wir alle wollen älter werden, aber keiner will alt sein. Und das trifft für sicherlich viele auch hier im Auditorium, im virtuellen Auditorium mit zu. Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem wir nicht mehr all das, was wir gerne tun wollen, auch werden tun können. Und wer sich die Zahlen genau anschaut, das ist vorhersagbar. Das ist in irgendeiner Art und Weise eben auch vorherrechenbar. Wir alle werden vermutlich nicht mehr die persönliche Unterstützung bekommen können, die wir benötigen werden. Und auch darauf gilt es, Antworten zu finden. Schauen wir uns den letzten gesellschaftlichen Megatrend an, der uns gerade im Moment ja doch sehr stark beschäftigt. Alles, was in Richtung Globalisierung oder auch Deglobalisierung geht. Nehmen Sie sich mal die beiden Enden von diesem Netz, wenn Sie ganz rechts, ganz links anfassen an dieser Stelle. und dann mal versuchen, durch Zusammenschieben und Auseinanderziehen, dieses Netz ein bisschen zu strecken. Da ist Dynamik drin. Egal, wie stabil unsere Produktions- und Lieferketten sind, sie verändern sich trotzdem tagtäglich dynamisch. Und auch das wird stark von der Gesellschaft durch Kaufverhalten, durch Kaufanreize, durch das Gegenteil davon, entsprechend dynamisch beeinflusst. Jetzt schauen wir uns mal an, was das auf der Seite der Technologien an Folgen hat. Ich möchte mal beginnen mit dem Begriff der Modularität und auch hier ein Bild verwenden, von dem Sie alle sagen, Mei, Modularität kenne ich, das ist ein uralter Hut, das haben wir doch eigentlich alles schon. Das ist etwa so wie der Legostein. Den kennen wir auch alle. Also ich kann mich nicht an eine Welt ohne Legosteine oder vergleichbare Bausteine erinnern. Trotzdem gibt es auch hier immer noch weitere Möglichkeiten, das zu vertiefen. Ein modulares Design erlaubt mir an dieser Stelle eben auch, Dinge auszutauschen und nicht gleich all das, was ich gemeinsam in einem Verbund betreibe, benutze, verwende, wegzuwerfen. Von uns käme ja auch niemand auf die Idee, ein ganzes Auto wegzuwerfen, nur weil die Reifen abgefahren sind. Und dieses Prinzip der Modularität auch zur Leistungssteigerung, zum Leistungserhalt, das lässt sich sicherlich noch viel, viel weiter treiben, als wir das heute kennen. Der zweite Bestandteil, der einzahlt, sowohl auf den demografischen Wandel als am Ende des Tages auch auf die Performance, ist Autonomie. Autonomie von technischen Systemen, die uns Entscheidungen abnehmen, die wir vielleicht gar nicht fällen können, weil sie extrem schnell gefordert werden, zu schnell für einen Menschen. Wer an das Load Balancing in heutigen Netzwerkarchitekturen denkt, egal, ob das jetzt Daten, Signale oder Energie ist, der stellt relativ flott fest, dass wir am Schalter gar nicht so schnell sein können, wie ein entsprechendes System. Es geht aber auch darum, wenn wir in Richtung demografischen Wandel denken, darüber nochmal gezielt nachzudenken, wer gibt uns denn die Unterstützung, wenn es ein Mensch nicht sein kann? Und da kommen nur Systeme in Frage, die sich auch im Rahmen eines definierten Kontexts halbwegs selbstständig bewegen können. Seien das Kraftfahrzeuge, die ich eben auch noch mit 85 betreten kann und die mich wohin bringen, im Rahmen integrierter Mobilitätskonzepte, oder seien es Service-Roboter, die mir gestatten, viel länger zu Hause zu bleiben, auch wenn ich persönlich vielleicht schon mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen habe. Das Auto, immer wieder gern gesehen als Visualisierung an dieser Stelle. Ich habe es leider, ehrlich gesagt, nicht rechtzeitig geschafft, ein freigegebenes Bild zu bekommen, aber wer sich den aktuellen Mars-Roboter anschaut und da so ein bisschen die Livestreams oder auch die aufgezeichneten Bilder der NASA verfolgt, der weiß sehr wohl, wo das hingeht. Und damit diese Autonomie auch wirklich greifen kann, brauchen wir digitale Zwillinge. Digitale Zwillinge sind für mich genauso stufenmäßig ausgeprägt, wie das ein automatisiertes Fahren ist, bei dem eben auch erst die Stufe 5 definiert, dass ein Fahrzeug voll autonom unterwegs ist. Beim digitalen Zwilling ist das genauso. Wir kennen Zeichnungen, die wir heutzutage digital verwalten, aber so richtig bei der Stufe 5 wie bei dem selbstfahrenden Auto in jeder Wetter- und Straßensituation sind wir auch beim digitalen Zwilling nicht, denn damit er uns erlaubt, ihn als Vorhersagemodell für ein autonomes System zu verwenden und optimale Lösungen zu suchen, muss er natürlich auch in der Lage sein, nicht nur beim Entwerfen und beim Produzieren up-to-date zu sein, sondern auch über den in der Regel sehr viel längeren Lebenszyklus. Sei das ein Produkt, sei das eine Anlage, all das altert, all das verändert sich, das wird umgebaut, angebaut. Wer jemals im Anlagenbau Rotstift-Exemplare auf Zeichnungen gesehen hat, weiß ziemlich genau, von was ich rede an dieser Stelle. Und nur, wenn diese Vorhersagegenauigkeit über den digitalen Zwilling ausreichend gut ist, also das Ganze wirklich so aussieht, wie es hier dargestellt ist, nur dann sind wir auch in der Lage, richtig vernünftig mit autonomen Systemen umzugehen. Denn alleine die Realzeitinformationen aus Umgebungssensoren, die wird es nicht sein. Und damit kommen wir zu der Grundlage der Konnektivität der Zukunft. Etwas, das wir bei Harting gerne als Connectivity Plus bezeichnen und genauso angeordnet an dieser Stelle. Und welche Technologien, die wir konkret daraus ableiten, erlauben es uns denn jetzt, auf diese technologischen und gesellschaftlichen Megatrends Antworten zu geben? Da ist zum einen mal DC Industry etwas, das wir in einem Partnernetzwerk auch in einer sehr frühen Stufe betreiben. Und Sie sehen das hier schon, wer jemals in der Elektrotechnik seine Verteilungen gesehen hat in der Vergangenheit, das europäische Verbundnetz mit zentraler Energieerzeugung und Verteilung sternförmig und dann entsprechend ausgependelt. Wer zu Hause eine Solaranlage hat, da entsprechend dynamisch sein Elektroauto mitlädt, der weiß, dass das noch alles sehr viel dynamischer werden muss, um mit der zur Verfügung gestellten Energie auch sinnvoll umgehen zu können. Und dann bitte Film ab für das erste Beispiel. Production Level 4 ist ein Update von Industrie 4.0. Production Level 4 meint Produktionsrobustheit, Flexibilität, den Menschen als Entscheider, Transparenz, Selbstlernfähigkeit und Autonomie. Bei uns an der Smart Factory Kaiserslautern verbinden sich Theorie und Praxis. Wir forschen, setzen unsere Ideen technisch um und zeigen damit, dass unsere Vision auch funktioniert. Basierend auf den Arbeiten der letzten Jahre haben wir unseren neuen Demonstrator gebaut, den wir in den nächsten Jahren Stück für Stück in Richtung von Production Level 4 weiterentwickeln werden. Mit seinen Modulen verfügt der Demonstrator über unterschiedliche Produktionsfähigkeiten. Vier neu entwickelte Kernelemente sind in der Anlage enthalten. Ein Modultausch mit automatisierter Freigabe, selbstlernende KI-Methoden, die auf tiefen neuronalen Netzen basieren, eine Gaia-X-Anbindung sowie eine moderne und skalierbare Systemarchitektur. Das herzustellende Produkt ist bewusst einfach gehalten. Ein Kunde kann einen USB-Stick in Form eines Noppensteins individuell konfigurieren. Dazu stehen verschiedene Farben zur Verfügung. Im Montagemodul wird der Noppenstein wunschgemäß montiert. Dann macht er sich auf den Weg zum Datenbetankungsmodul. Dort werden standardmäßig technische Daten darauf gespeichert. Am Ende werden Produkt und Bestellung mit KI-Methoden verglichen und der USB-Noppenstein dem Kunden übergeben. Es geht bei uns nicht um das Produkt selbst. Das Produkt ist nur ein Platzhalter. Unser USB-Noppenstein steht stellvertretend für Smartphones, Waschmaschinen oder komplette Autos. Es geht um die neue Art der Produktion und die herstellerübergreifende Architektur dahinter. Hinter der Bestelloption Qualitätskontrolldaten steht ein Produktionsfoto. Dazu wird ein spezielles Modul in der Anlage benötigt. Ein Werker bekommt auf seinem Tablet einen Hinweis. Er weiß nun, dass er dieses Modul in die Anlage einbauen muss. Auf seinem Tablet erscheint eine ausführliche Werkerassistenz, die ihn sicher Stück für Stück durch den bevorstehenden Prozess führt. Die speziellen Positionierungselemente an Modul und Anlage sorgen für den richtigen Sitz. Elektromagneten für garantierte Stabilität und Arbeitssicherheit. Immer wieder müssen Arbeitsschritte manuell bestätigt werden, bevor der Prozess fortgeführt werden kann. Das hilft, Unfälle und Fehler zu vermeiden. Der intelligente Steckverbinder wurde speziell für die Anforderungen der modularen und autonomen Produktion entwickelt. Er dient in dieser Form als Normierungsvorbild. Die manuellen Zustimmungen führen den Werker zu einem rechtssicheren Zustand der Anlage. Am Ende des Modultauschs steht eine zertifizierte und protokollierte Freigabe. So, ich hoffe, das hat Ihnen einen guten Einblick darin gegeben, wie das Thema Modularität mit Autonomie zusammenspielt. Und ich möchte jetzt gerade von dem Themengebiet der DC-Industry weggehen auf die Elektromobilität. Auch hier sind wir in der Situation drin, dass wir natürlich alle live miterleben, wie das letzte Jahr unser Kaufverhalten in Deutschland schlicht und ergreifend beeinflusst hat. Die Absatzzahlen im Bereich Elektromobilität sind so hoch wie nie zuvor. Wir setzen stark noch auf individuelle Mobilität mit dem Auto an dieser Stelle. Aber wir sind natürlich am Ende des Tages unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt auch gezwungen, vermehrt sehr viel stärker als heute über integrierte Verkehrskonzepte nachzudenken. Und da kommt selbstverständlich auch dem Themengebiet der Bahnverbindungen eine weitere zunehmende und steigende Bedeutung zu. Film ab, bitte. Wenn Sie sich anschauen, wie wir hier in diesem Kontext mit neuen Lösungen in der Lage sind, modulare Bauformen von Zügen zu unterstützen, wie wir Daten und Energie über den gesamten Zug verteilen können in einer sicheren Form, die am Ende des Tages eben auch erlaubt, nur diese Zugmodule fahren zu lassen, die wir tatsächlich brauchen, die mahnt gesteuert, über entsprechende Prädiktionsalgorithmen vorzugehen, dann sind wir schlagartig in der Lage, sehr viel bequemer als heute und auch sehr viel umweltbewusster zu reisen und das nicht alles auf unsere Individualmobilität in einem einzigen uns gehörenden Fahrzeug abzustimmen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Etwas, das in alle Themenbereiche einzahlt. Und da ist als Beispiel das Single-Pair-Ethernet genannt. Wir müssen, damit all das funktionieren kann, was wir miteinander austauschen wollen, dafür sorgen, dass wir in einer heute schon existierenden Welt, zum Teil mit heute bereits fest installierten Verkabelungen, mehr Daten, mehr Informationen über die Leitungen bekommen, aufwandsminimal. Und das bringt ja am Ende des Tages nichts, wenn ich das Kupfer zwar beim Auto einspare, anschließend aber in Datenleitungen entsprechend einsetze. Das heißt, wir müssen uns auch hier Gedanken darüber machen, wie wir mit intelligenten Systemen in die Zukunft kommen, die den Anforderungen des Datenhaushalts genügen und trotzdem in der Lage sind, steigende Funktionalität mitzubringen. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach nur kurz auf das Thema Single-Pair-Ethernet und das entsprechende Partnernetzwerk verweisen. Vor allen Dingen aber auch zum Schluss meines Vortrags auf den Beitrag von meinem Kollegen Ralf Klein. Wir sehen das hier nochmal im Groß. 2. März, 16 bis 16.30 Uhr. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen und freue mich auf Ihre Fragen. Legen Sie los. So, vielen Dank, Herr Bettenhausen. Jetzt haben wir uns wieder zusammengeschaltet. Das sind ein paar spannende Ausblicke, glaube ich, sagen zu dürfen, auf die Welt, die uns erwartet. Das ist eine Veränderung, die uns gesellschaftlich treibt. Sie haben ein paar gute Stichworte genannt. Das sind aber Veränderungen, die uns natürlich auch in der Produktionswelt treiben. Da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, über die man wahrscheinlich sehr lange diskutieren kann. Das ganze Thema Nachhaltigkeit, Sie hatten es gestriffen, ändert Verbraucherverhalten, ändert sicherlich auch ein Lösungsangebot, was geschaffen werden muss. Spannend ist, dass der Verstromung hier ein großer Schwerpunkt zukommt. Das ist jetzt natürlich für ein Unternehmen, Harting, gar nicht so schlecht, das eigentlich davon lebt, zu verstromen, oder? Na ja, Herr Müller, ich greife das mal auf. Als ich 1985 an der damals noch TH Darmstadt angefangen habe zu studieren als Elektrotechniker, da haben meine Maschinenbaukollegen immer gesagt, das braucht kein Mensch. Wenn ich mir anschaue, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, dreht sich das gerade ein bisschen rum. Und das ist natürlich auch ganz nett, selbst persönlich als jemand, der mit der Materie intensiv vertraut ist, zu erfahren, dass diese Elektrifizierung weiter fortschreitet. Es ist am Ende etwas, ich vermute, viele von Ihnen haben schon mal ein Elektroauto benutzt oder haben sogar eins zu Hause vor der Tür stehen. Also die Drehzahl-Drehmomentkurve, die macht schon Spaß. Und warm fahren muss ich es auch nicht. Wenn ich mir anschaue, wie viele Kilometer ich mit einem konventionellen Verbrennungsmotor oder gar einem Diesel fahren muss, um auf Betriebstemperatur zu kommen, mein Elektroauto sagt einfach, jetzt geht es. Also ich bin sicher, die Elektrifizierung wird weiter voranschreiten, eben gerade auch, weil sie auf Knopfdruck ein- und ausschaltbar ist. Spannend war auch zu sehen, Sie hatten das am Beispiel der Züge, glaube ich, ganz gut erläutert, gerade, dass eben Verbindungstechnik an der Stelle auch nicht mehr einfach nur ein Kabel und irgendwie zwei Stecker sind. Also das, wo man mal herkommt, dass man eine sichere Steckverbindung baut, die irgendwie robust ist, hat sich mittlerweile in hochtechnologische Lösungen verändert, die auch je nach Anwendung zum Teil sehr trickreich sind. Naja, und es bleibt gerade in diesem Grenzbereich, und wir reden hier ja konkret über Elektromechanik, also die Verbindung von ein bisschen Maschinenbau und ein bisschen Elektrotechnik, wenn Sie so wollen. Wir reden natürlich auch darüber, dass wir extrem lange Standzeiten haben. Und so ein Zug, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Lande reist, der wird ja Belastungen ausgesetzt, die wir üblicherweise bei etwas, was wir hinter unserer Wand zu Hause verstecken, nicht erleben, in Bezug auf die Anforderungen an die Verbindungstechnik. Die erleben wir dann nur als Reisende, wenn es mal wieder nicht funktioniert. Gleichzeitig gehört dazu, dass wir es natürlich auch nicht, wenn es mal im Feld ausgerollt ist, so leicht zurückrufen können wie eine App. Wenn ich als App-Programmierer heute einen Fehler mache, dann schicke ich Ihnen morgen den nächsten Patch, und wenn das richtig eingestellt ist, dann ist der auf Ihrem Smartphone über Nacht automatisch installiert. Wenn Sie es nicht können oder nicht dürfen, weil die Spannungs- und Strombereiche jenseits dessen sind, was wir als Privatpersonen üblicherweise dürfen, dann muss da schon ein Techniker kommen, da muss jemand zum Austauschen kommen, da muss tatsächlich was gefixt werden. Und am Ende des Tages, wir haben das meine Großeltern mal ganz, ganz früh formuliert, wir sind zu arm, um billig zu kaufen. Das heißt, Qualität zahlt sich ja hier gerade über lange Laufzeiten aus. Oder auch, wer billig kauft, kauft zweimal. So habe ich den Spruch auch mal gelernt. Aber es ist in der Meinung, anderer Aspekt noch mal vielleicht. Sie sind ja auch lange in den USA gewesen und kennen die dortige Kultur und auch natürlich die dortige Industrie sehr gut. Sie waren in der ganzen Welt, sind jetzt bei Harting natürlich in einem deutschen Mittelstandsunternehmen, großer Mittelstand. Mittlerweile ist dieser große Mittelstand auch in der Breite, wenn man mal guckt, neben Harting, es gibt hervorragende Unternehmen mittlerweile, die groß geworden sind, die in der Welt Weltmarktführerschaft erreicht haben. Ich möchte noch mal auf dieses Thema Sustainability gehen. Und wir machen uns da im Augenblick, glaube ich, auch wirklich ernsthafte Gedanken, auch in der Industrie, für Lösungen, die an dem ganzen Thema Klimawandel orientiert sind, an dem Thema, wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir vielleicht auch unnötigen Ressourceneinsatz vermeiden können. Ist es nach Ihrer Auffassung etwas, wo sich die, ich sage jetzt mal, europäische oder sogar deutsche Industrie auch ein Stück weit vielleicht ein neues Label daran erarbeiten kann? Das können wir auf jeden Fall, wenn wir akzeptieren, dass die Geschwindigkeit nicht von uns gemacht wird, sondern die Geschwindigkeit vom Verbraucherverhalten abhängt. Sie haben das selbst gesagt, natürlich beeinflussen Angebote Verbraucherverhalten. Aber wenn ich mir meine heute 22 und 24 Jahre alten Kinder anschaue, die haben schon ein Verhalten an den Tag gelegt, wo sie gezielt auch sagen, nein, das will ich nicht. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wir machen sehr viel Sport zu Hause, wir trinken sehr viel Wasser. Und am Ende des Tages sagte unsere Tochter mal, ich bin es jetzt leid, hier kommen keine Trinkwasserflaschen mehr ins Haus. Hier kriegt jeder eine Flasche und macht euch Gedanken darüber, wie wir mit einer vernünftigen Wasserbar umgehen können. Wenn ich mir anschaue, also es war schon so ein Tritt vor das Schienbein, denkt mal über was anderes nach. Und das sehen wir ja in vielen anderen Bereichen auch, teilweise sogar verbunden mit einem bewussten Verzicht auf Konsum. Nicht flächendeckend, gar nicht falsch verstehen, aber da ändern sich ja Verhaltensmuster, die uns, die wir schon darüber nachdenken, auch noch ermuntern, in diese Richtung weiterzugehen, weiter Ansätze zu finden, die das auch entsprechend unterstützen können. Und ich meine, wir kennen alle die Hochrechnungen, wenn jeder Bewohner auf diesem Planeten so viel konsumieren würde und jetzt nehme ich nur wie ein durchschnittlicher Europäer. Das heißt, ich nehme noch nicht mal eine bestimmte Nation, die noch ein Vielfaches davon konsumiert, dann ist die Restlaufzeit unseres Planeten einfach begrenzt. Und ist das für ein Technologieunternehmen, ich sage jetzt mal am Beispiel Harting, aber es gibt ja tatsächlich daneben sehr gut vergleichbar auch noch andere Unternehmen, ist es schwierig, heute diese Entwicklungen voraus zu erkennen, weil die Generation, die nachwächst, Sie haben es gerade so schön am Beispiel Ihrer Tochter beschrieben, tatsächlich ja auch anders verhält, weil sie anders groß wird, weil sie mit anderen Werten groß wird und weil wir diese Werte auch als Technologen und technologisch getriebene Unternehmen erst verstehen müssen? Na ja, jetzt paare ich das mal ein bisschen mit ein wenig Unternehmer gehen. Also Unternehmer haben ja schon so lange, wie es gilt, und hier bei Harting seit 75 Jahren, wir haben letztes Jahr ein Jubiläum gefeiert, darüber nachgedacht, was will der Markt von mir? Und die Unternehmen, die Sie angesprochen haben, Herr Müller, die sind ja deswegen groß geworden, weil sie besonders gut zugehört haben. Das bedeutet am Ende des Tages aber eben auch, dass wir jetzt genau das wiederholen müssen. Das ist ja gar nicht so unterschiedlich. Natürlich sind die Inhalte anders, aber das Zuhören, wo geht es hin, das ist schon extrem wichtig und daraus die richtigen Entscheidungen ableiten. Und wenn man sich nicht nur auf die kurzfristige Optimierung im Heute, Jetzt und Hier besinnt, sondern das tut, ohne das große Bild aus den Augen zu verlieren, dann ist das auch in Zukunft noch ein erfolgreiches und extrem gut weiter wachsendes Geschäft. Ja, das ist schön, dass Sie das sagen, weil darum geht es mir auch ein bisschen, das nochmal als Aussage in den Raum zu bringen. Dieses Zuhören können, dieses quasi nicht nur entlang einer Entwicklungsroadmap weiterentwickeln, sondern gerade jetzt in den Zeiten, in denen gerade so viel in Bewegung ist, wirklich nochmal neu zuhören können. Das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Erfolgsfaktor für die jetzt anstehende Zukunftsentwicklung und Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen hier im Standort. Ja, und vor allen Dingen auch schnell nachzuregeln. Also der eine oder andere Auditorium weiß, dass ich gelernter Regelungstechniker bin, ich lebe von geschlossenen Wirkkreisläufen mit Zensorik und Aktorik und etwas anderes ist ganz, ganz plakativ gesprochen, Unternehmensführung ja auch nicht. Etwas tun, messen, wie das ankommt, rückführen, daraus lernen und dann entsprechend nachregeln, wenn das erforderlich ist. Ein anderer Aspekt vielleicht noch in dem Zusammenhang, Sie hatten auch angesprochen Single-Pair Ethernet und das Partnernetzwerk um Single-Pair Ethernet, was ja auch gerade wirklich am Wachsen ist und wo man sieht, wie partnerschaftliches Zusammenarbeiten funktioniert. Das ist ja für die DNA der typisch mittelständisch deutschen Industrie nicht noch oder noch nicht so ganz gewohnt, dieses Zusammenarbeiten in Partnernetzwerken. Was können wir tun, um das zu beschleunigen, zu verstärken, zu verbessern? Naja, da gibt es ja schon seit weit über 100 Jahren entsprechende Gremien, die einem dabei helfen, im Bereich der Standardisierung, Normierung, gerade im vorwettbewerblichen Bereich, dafür zu sorgen, dass ein 230-Volt-Stecker auch in eine 230-Volt-Steckdose passt. Das ist, glaube ich, das neutralste Beispiel, das ich hier in diesem Kreis finden kann. Und wenn wir darauf achten, dass wir uns an diese guten Regeln der transparenten Zusammenarbeit im vorwettbewerblichen Bereich wieder alle miteinander erinnern und uns nicht in einem Mikrokosmos versuchen, zu differenzieren, dann können wir hinterher unsere Stärken im Wettbewerb brutal darin ausleben, um die besseren Produkte zu streiten. Und genau darum geht es ja am Ende des Tages tatsächlich. Single-Pair-Ethernet ist eine neue Technologie und die muss ja erst mal die Anwender überzeugen. Die Anwender müssen sich erst mal dafür entscheiden. Die müssen Investitionssicherheit sehen, damit sie diesen Weg auch mitgehen. Und ich persönlich kann auf ein Beispiel in meiner Vergangenheit zurückgreifen. Da war ich auf Anwenderseite. Ich habe Ende der 90er Jahre bei der damals noch existierenden Höchster AG in Frankfurt gearbeitet. Und mir ist dieses Bild noch sehr lebendig vor Augen, als sich zwei unterschiedliche Lager einen sogenannten Feldbuskrieg geliefert haben. Das Einzige, was das bewirkt hat bei uns als Kunden, war, dass wir gesagt haben, wir nutzen weder noch und haben unsere Großanlagen-Investitionen als Standort im Wert von mehreren 100 Millionen, wir haben sie halt mit 4 bis 20 Milliampere ausgerüstet. Und da muss man sich einfach fragen, wie sieht ein vernünftiger Weg nach vorne aus, um den Nutzen einer Technologie zu transportieren. Und da gibt es die entsprechenden Gremien und da kann ich einfach nur sagen, da haben viele Parteien auch schon vieles richtig gemacht. Transparent, offen, standardisiert und weiter. Naja, es wird vielleicht noch eine Dimension sozusagen weitergehen, wenn wir über so eine tatsächlich auch Datenökonomie irgendwann sprechen, auch im Bereich der Produktionsumgebungen, des Manufacturings. Ich hatte da vorhin einen anderen Vortrag und erinnere mich jetzt gerade in dem Zusammenhang einfach sehr gut, da ging es eben um so eine Data-Driven Manufacturing-Idee als Zukunft von Industrie 4.0 und die Frage, was passiert eigentlich oder was muss passieren, damit sozusagen Daten in Zukunft nicht nur an einer Stelle gehoben und vielleicht auch verwendet werden, sondern vielleicht sogar so zur Verfügung gestellt werden in einem Plattformansatz, sodass tatsächlich eine echte Optimierung auf einem Level passieren kann, der dann tatsächlich aus der Anwenderperspektive irgendwann richtig sinnvoll ist. Aber dazu müssen natürlich viele Hersteller noch aus dem bisherigen Betrachtungshorizont sozusagen sich lösen und ein Stück nach oben denken. Das ist eine spannende Reise, die da, glaube ich, noch vor uns liegt. Ja, Sie sehen mich ganz breit schmunzeln an dieser Stelle, weil ich den Eindruck habe, als ob tatsächlich noch sehr viele Menschen im datengetriebenen Zeitalter damit aufwachen, dass sie wie früher im Sandkasten mein Schüppchen, dein Schüppchen spielen und bei Daten auch im Wesentlichen daran interessiert sind, die Daten selbst zu besitzen. Wenn wir uns anschauen, was auf der Technologieseite im Moment passiert, dann geht der Technologietrend in einer sehr, sehr frühen Stufe an den Top-Universitäten weltweit, im Moment aber gerade dahin, dass man sich Plattformen transaktionsorientiert vorstellt, sodass die Daten gar nicht mehr bei den großen Plattformbetreibern in irgendeiner Form gespeichert oder gehostet werden, sondern tatsächlich per Transaktion dann gezogen werden, wenn sie gebraucht werden. Und dieses vorherige Zustimmen, mein Datum darfst du haben, wenn ich es anfordere. Also wenn wir diesen Schritt tatsächlich technologisch in den nächsten Jahren gehen, dann ist einiges an der Diskussion, dass wir im Moment über Datenhoheit und Datenräume führen und wem gehören Daten tatsächlich obsolet. Denn dann habe ich sie auch als Betreiber von Anlagen bei mir. Und wenn mir jemand einen transaktionsorientierten Service anbietet, den ich geordert habe, um mit meinen Daten etwas anzufangen, dann kriegt er die ja nur im Rahmen einer Transaktion und nicht dauerhaft zur Verfügung gestellt. Also Technologie hat schon viele Antworten. Ob die sich durchsetzen werden am Ende des Tages auch mit entsprechenden Produkten und digitalen Services, das wird sich zeigen. Das ist so, wie wenn ich bei der Corona-App jetzt als Kilian Müller entscheiden dürfte, ich möchte gerne mehr von meinen Daten preisgeben, weil ich was davon habe, wenn das alle tun und damit einen besseren Dienst hätte. Naja, und das ist schon so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ich behaupte jetzt, dass nicht alle amerikanischen Einwohner total naiv sind in den Vereinigten Staaten von Amerika. Trotzdem geben die ja auch aus Gewohnheitsgründen einfach ein bisschen mehr an Daten frei. Und wenn ich allein mal vergleiche, was meine aus ganz vielen unterschiedlichen Anbietern bestehende Home Automation in den USA konnte, weil ich zugestimmt habe, das bereitgestellt habe, aber auch gar nicht in irgendeiner Form von Login gefangen war, sondern es tatsächlich selber und mit geringem Aufwand alles miteinander vernetzen konnte. Und wenn ich mir dann anschaue, was meine deutsche Home Automation kann und wie stark ich dort in eine Richtung gezwängt werde oder in Paralleluniversen meine Daten und Informationen vorhalte, da geht schon noch was. Und wir werden es am Ende des Tages tun müssen, weil wir auch nur so allein im privaten Bereich zu einer Optimierung unseres Energieverbrauchs kommen werden. Vielen Dank für Ihre Einblicke und Ausblicke. Das könnten wir noch beliebig fortsetzen, weil wir hier tatsächlich, glaube ich, über ein hochspannendes Thema diskutieren, nämlich unsere Zukunft. Wir können es leider an der Stelle jetzt nicht mehr weitermachen. Wir sind am Ende unserer Zeit anbekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag, sage vielen Dank an unsere Zuschauer, dass Sie heute uns bis in den späten Nachmittag mit rein begleitet haben. Und ja, Grüße ans Haus Harting nach Espelkamp und auf bald. Vielen Dank für die Einladung. Viele Grüße aus Espelkamp zurück. Vielen Dank, Herr Müller. Tschüss. 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 Vielen Dank.